Es gab schon viel zu lang kein Weihnachtskurs von mir, also wollte ich ihn dieses Jahr abbringen. Viele Buchstücke brachte ich zu Papier, doch keins davon war gut. Oder zumindest nicht gut genug für dich. Man kann so ein Lied halt einfach nicht erzwingen, doch nichts zu posten, in Frage kam das nicht, das liegt mir nicht im Blut. Und ich will doch nur zeigen, dass ich an euch denke, an all unsere Momente. Ich will ein bisschen Liebe schenken und ich will mehr Abonnenten. Und ich will das nicht. Untertitelung des ZDF, 2020